Die verzauberte Dünenwelt, Lila und Lennys Abenteuer In den warmen Sonnenstrahlen eines späten Nachmittags fand Lenny, der abenteuerlustige Waschbär, eine seltsame, alte Karte. Sie war unter einem Haufen trockener Blätter versteckt, nahe der alten Eiche, wo er oft spielte. Die Karte zeigte eine weit entfernte Dünenwelt, ein Ort, der in ihrem Wald unbekannt war. In der Mitte der Karte war ein mysteriöses X markiert. Lenny, dessen Neugier sofort geweckt war, rannte zu Lila, der kleinen, wissbegierigen Fledermaus. Gemeinsam beschlossen sie, das Geheimnis dieser Karte zu erforschen und das Abenteuer in der Dünenwelt zu wagen. Bevor sie sich auf den Weg machten, trafen sich Lila und Lenny mit der weisen Eule Oliva, um Rat für ihre Reise zu suchen. Oliva erzählte ihnen von alten Legenden, die von einer verzauberten Dünenwelt sprachen, einem Ort voller Magie und Geheimnisse. Mit einer Kopie der Karte, einem Kompass, Proviant und viel Wasser machten sich die beiden Freunde auf den Weg. Ihre Reise führte sie durch den dichten Wald, über blumenreiche Wiesen und schließlich zu den ersten Ausläufern der Wüste. Nach einer langen und anstrengenden Reise erreichten Lila und Lenny die Dünenwelt. Sie waren überwältigt von der Weite und Stille der Landschaft. Der Sand schimmerte golden in der Sonne und die Dünen erstreckten sich, soweit das Auge reichte. Sie spürten eine magische Präsenz, die die Luft erfüllte, ein Gefühl, dass dieses Abenteuer etwas ganz Besonderes werden würde. Als sie tiefer in die Dünenwelt vordrangen, bemerkten sie, dass ihre Fußspuren im Sand zu leuchten begannen. Fasziniert folgten sie diesem leuchtenden Pfad, der sie zu einer versteckten Oase führte. In der Mitte der Oase lag ein kristallklarer Teich, umgeben von leuchtend grünen Pflanzen und farbenfrohen Blumen, ein starker Kontrast zur umliegenden Wüstenlandschaft. In der Oase trafen Lila und Lenny auf die Bewohner der Dünenwelt, eine Gemeinschaft von Tieren, die sich an das Leben in der Wüste angepasst hatten. Die Tiere begrüßten sie freundlich und erzählten ihnen von der Magie, die die Dünen und die Oase umgab. Sie lernten von den Anpassungen der Tiere und Pflanzen, die es ihnen ermöglichten, in dieser rauen Umgebung zu überleben. Die Tiere der Oase berichteten von einem Problem, das ihre friedliche Existenz bedrohte. Die Dünen um die Oase begannen, sich auf unerklärliche Weise zu verändern und ihre Form zu verlieren. Dieses Phänomen drohte, die Oase zu zerstören. Lila und Lenny beschlossen, dem Rätsel auf den Grund zu gehen und herauszufinden, wie sie helfen konnten. Ihre Suche führte sie zu einer uralten, weißen Schlange, die tief in den Dünen lebte. Die Schlange erzählte ihnen von einem alten Fluch, der auf den Dünen lastete, und gab ihnen Hinweise, wie sie diesen brechen könnten. Sie müssten ein altes Artefakt finden, das tief in der Dünenwelt verborgen war. Unter dem Sternenhimmel begannen Lila und Lenny mit dem Ritual, um den Fluch zu brechen. Sie folgten den Anweisungen der Schlange und mussten dabei ihre Ängste und Zweifel überwinden. Der Sand um sie herum begann sich zu bewegen, formte Muster und leuchtete in den Farben des Regenbogens. Mit Entschlossenheit und Mut gelang es ihnen, das Ritual zu vollenden. Der Fluch wurde gebrochen, die Dünen stabilisierten sich, und die Oase erst rallte in neuem Glanz. Die magische Energie der Dünenwelt war wiederhergestellt, und die Oase blühte auf wie nie zuvor. Nachdem sie das Rätsel der Dünen gelöst und die Oase gerettet hatten, kehrten Lila und Lenny als Helden zurück. Sie hatten ein neues Land entdeckt, seine Bewohner vor großer Gefahr bewahrt und ein uraltes Geheimnis gelüftet. Zurück in ihrem Wald reflektierten Lila und Lenny über ihre Abenteuer in der Dünenwelt. Sie hatten viel gelernt, über Mut, Freundschaft und den Respekt vor der Natur. Ihr Abenteuer hatte ihnen gezeigt, dass überall, selbst an den unwahrscheinlichsten Orten, Magie und Wunder zu finden sind. Mit neuen Geschichten und Erfahrungen im Gepäck und dem Wissen, dass noch viele Abenteuer auf sie warteten, blickten Lila und Lenny in die Zukunft. Sie waren bereit, weitere Geheimnisse zu entdecken und den Wald, in dem sie lebten, sowie andere wundervolle Orte zu schützen und zu erforschen. Um ihren Sieg über den Fluch zu feiern und die Wiederherstellung der Oase zu ehren, organisierten die Tiere der Dünenwelt ein großes Fest. Lila und Lenny waren die Ehrengäste. Das Fest war ein Spektakel aus Farben, Musik und Tanz. Jedes Tier trug auf seine Weise bei, die Vögel sangen, die Wüstenfüchse führten Tänze auf und die Schlangen zelebrierten alte Rituale. Es war eine Nacht der Freude und des Dankes, die Lila und Lenny nie vergessen würden. Während des Festes traten Lila und Lenny in Kontakt mit einem alten Kamel, das als Wächter der Oase bekannt war. Dieses weise Kamel erzählte ihnen von der langen Geschichte der Dünenwelt und von den vielen Geheimnissen, die sie noch barg. Es sprach von verborgenen Schätzen, vergessenen Zivilisationen und uralten Mächten, die tief unter den Sanddünen schlummerten. Inspiriert von den Erzählungen des Kamels, beschlossen Lila und Lenny, die Dünenwelt weiter zu erforschen. Ihre Neugier führte sie zu einem abgelegenen Teil der Wüste, wo sie die Ruinen einer alten Stadt entdeckten. Die Stadt war teilweise vom Sand verschlungen, aber ihre verfallenen Strukturen und geheimnisvollen Symbole zeugten von einer einst blühenden Zivilisation. In den Ruinen fanden sie Hinweise auf die Geschichte der Stadt und ihrer Bewohner. Sie entdeckten alte Manuskripte und Artefakte, die Geschichten von Handel, Krieg und Kunst erzählten. Lila und Lenny verbrachten Tage damit, die Ruinen zu erkunden und jedes Detail zu erforschen, immer auf der Suche nach Antworten auf die vielen Fragen, die sich ihnen stellten. Unter den Artefakten fanden sie eine Tafel, die die Legende eines mächtigen Herrschers, des Sonnenkönigs, erzählte. Der Sonnenkönig war für seine Weisheit und Güte bekannt, aber auch für ein geheimnisvolles Artefakt, das er besaß, ein Kristall, der die Kraft der Sonne einfangen konnte. Fasziniert von der Legende des Sonnenkristalls, machten sich Lila und Lenny auf die Suche nach diesem mächtigen Artefakt. Ihre Suche führte sie tief in die Wüste, zu einem Ort, der als das Tal des Sonnenlichts bekannt war. Dort, in der Mitte eines gigantischen Sonnenohrenkomplexes, fanden sie den Kristall, strahlend und pulsierend mit Energie. Als sie den Kristall berührten, wurden Lila und Lenny von einer Welle warmer Energie überflutet. Der Kristall verlieh ihnen die Fähigkeit, das Sonnenlicht zu kontrollieren und zu nutzen. Sie erkannten, dass sie diese Kraft nutzen konnten, um die Dünenwelt und andere Orte vor Gefahren zu schützen. Mit dem Sonnenkristall kehrten Lila und Lenny in die Oase zurück, wo sie als Helden und Wächter des Sonnenlichts gefeiert wurden. Sie teilten ihre Entdeckungen und das Wissen über den Kristall mit den Tieren der Oase, wodurch sie ein neues Zeitalter des Wohlstands und des Schutzes für die Dünenwelt einläuteten. In den folgenden Monaten nutzten Lila und Lenny die Kraft des Sonnenkristalls, um anderen Teilen der Wüste zu helfen. Sie brachten Licht und Leben in Gebiete, die zuvor von Dunkelheit und Trockenheit geplagt waren, und halfen dabei, neue Oasen und Lebensräume zu schaffen. Lila und Lenny wurden bekannt als die Hüter der Wüste, verehrt für ihre Taten und ihre Weisheit. Sie setzten ihre Reise fort, immer darauf bedacht, das Gleichgewicht der Natur zu bewahren und dort zu helfen, wo es nötig war. Zurück in ihrem Wald erzählten Lila und Lenny von ihren Abenteuern in der Dünenwelt. Ihre Geschichten von Magie, Mut und Entdeckungen wurden zu Inspirationen für die anderen Tiere des Waldes. Mit dem Wissen und den Erfahrungen, die sie aus der Dünenwelt mitgebracht hatten, blickten Lila und Lenny in eine Zukunft voller Möglichkeiten. Sie wussten, dass ihre Abenteuer sie noch zu vielen unbekannten und wundervollen Orten führen würden. Um ihre erfolgreichen Abenteuer und die neuen Entdeckungen zu feiern, organisierte die Gemeinschaft der Dünenwelt ein großes Fest, das Fest der Sterne. Es war ein spektakuläres Ereignis, bei dem der klare Wüstenhimmel und der leuchtende Sonnenkristall eine perfekte Kulisse boten. Lila und Lenny, als Ehrengäste, waren tief berührt von der Herzlichkeit und Dankbarkeit, die ihnen entgegengebracht wurde. Während des Festes erreichte Lila und Lenny eine Nachricht von weit her, eine geheimnisvolle Stimme aus dem Meer rief nach ihnen. Sie erzählte von einer fernen Küstenwelt, die von einer unbekannten Gefahr bedroht wurde. Getrieben von ihrem Wunsch zu helfen und neue Abenteuer zu erleben, beschlossen sie, der Stimme zu folgen und sich auf eine neue Reise zu begeben. Die Reise zur Küste war eine völlig neue Erfahrung für Lila und Lenny. Sie durchquerten die Wüste, überwandten sandige Ebenen und karge Landschaften, bis sie schließlich das weite, offene Meer erreichten. Der Anblick des endlosen Ozeans war überwältigend und faszinierend zugleich. An der Küste trafen sie auf eine Vielzahl von Meeresbewohnern, die sie herzlich willkommen hießen. Sie lernten von den Geschichten des Meeres, seinen Geheimnissen und den Herausforderungen, denen sich die Meereswelt gegenüber sah. Die Bedrohung, von der die Stimme gesprochen hatte, war eine Verschmutzung, die das empfindliche Ökosystem des Meeres gefährdete. Lila und Lenny setzten sich mit den Meeresbewohnern zusammen, um einen Plan zur Rettung des Meeres zu entwickeln. Sie nutzten ihre Erfahrungen und den Sonnenkristall, um die Verschmutzung zu bekämpfen und das Meer zu reinigen. Es war ein harter Kampf, aber ihre Entschlossenheit und das gemeinsame Handeln machten den Unterschied. Nach vielen Anstrengungen und Dank der vereinten Kräfte aller Beteiligten gelang es ihnen, das Meer zu retten. Die Meereswelt blühte wieder auf, und das Gleichgewicht wurde wiederhergestellt. Lila und Lenny hatten nicht nur ein neues Abenteuer erlebt, sondern auch geholfen, einen Teil der Welt zu heilen. Für ihre Taten wurden Lila und Lenny von den Meeresbewohnern als Hüter des Meeres geehrt. Sie hatten gezeigt, dass Freundschaft und Zusammenarbeit keine Grenzen kennen und dass der Schutz der Natur eine Aufgabe ist, die alle Wesen verbindet. Nachdem ihre Mission erfüllt war, kehrten Lila und Lenny zurück in ihr heimatliches Waldgebiet. Sie waren voller neuer Geschichten und Erlebnisse, die sie mit den Tieren des Waldes teilten. Ihre Reisen hatten Lila und Lenny gezeigt, wie verbunden alle Teile der Natur sind, von den tiefsten Dünen der Wüste bis zu den weitesten Meeren. Sie hatten gelernt, dass jede Handlung, groß oder klein, einen Einfluss auf das große Ganze hat. Mit einem Herzen voller Erinnerungen und dem Wissen um ihre Fähigkeit, Veränderungen zu bewirken, blickten Lila und Lenny in die Zukunft. Sie waren bereit für weitere Abenteuer und dafür, überall dort zu helfen, wo die Natur sie rief. Was bedeutet Fluss? Ja.